also so richtig auf also ganz auf hier auf keine ahnung da konnte ich gerade vom 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 dach da runter springen da war ein dach da war ein dach im loch was habe ich gesagt also was neues ist dann werden auch wieder viele länder gut lamber wir kommen hier oben ja alles klar okay hier oben ja tschüss gut wo lampe lupe lampe ja wir nehmen die schlampe was ich lerne aber auf dem dächlein okay ich auch nicht ich nehme jetzt die flagge an ach so die flagge ich dachte lupe das ist mir doch scheißegal aber jetzt angehittet ja dann hau ab da lotte komm her komm raus da lotte bist du drin gut da bist du ein bisschen wehleidig ja die landen jetzt auf dem blauen haus siehste hatte der karsten wieder wieder recht gehabt so ich habe ja eine pistole gefunden weil es jemand eine pistole haben will statt eines maschinengewehr oder so leichtes mg hey falls jemand interesse hat sein sturmgewehr mit einer pistole zu tauschen hey leute hinter mir läuft jemand da direkt vor mir oh zwei wer hat keine erge gekriegt steffen aber statt irgendwie auch mal was abgeben hier mal so zu teilen es hat so gut funktioniert ich kann euch alles aufnehmen also irgendwas fällt dann zwangsläufig für dich ab gut ist in ordnung stelle mich dann in der zeit hier irgendwo hinter den stein und lass mich und warte auf dass wir schaffen wir machen mal hier leer und kaufen nachher hoffentlich reichstatt das wollte doch bestimmt ja das wollte doch nur wieder hören leute also auf sowas darfst nicht reagieren ehrlich gesagt habe ich das gar nicht beabsichtigt aber ist cool freut mich eine rote kiste hier steffen da und da so von wegen teilen und abgeben und so ne ich habe rote kiste die ich dir markierte ab bitte nimm doch mal bitte die panzer tasche auf die ich dir markiert habe warum tun sie das so und wir gehen jetzt kaufe kommt ihr ringloch heißt die mp wie hast du mich genannt ringloch was das habe ich nicht gesagt das habe ich nicht gesagt let's know what I said that's not my name that's not my name that's not my name that's not my name darf ich kaufen meine willst ey ich hab nen Clusterschlag bitches gib mal deine Kohle jetzt schilder 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 ist ja wohl gewehr mit schalldämpfer da stirb dran werde ich wiederbeleben kostet auch nur noch 4000 hast du doch eben schon erzählt ne wohl ich habe gesagt es kostet 4000 ein wieder zu beleben ja selbst wiederbelebung hör mir richtig zu du hast gerade gesagt wiederbeleben kostet 4000 vorhin hast du das auch gesagt ich kaufe mir jetzt ne munitionskiste ok kostet nur noch 4,5 aber die drohne ist gleich drohne panzerplatten gasmasse Clusterschlag gleich teuer und ausrüstungskiste mit panzer kiste also eigentlich fast alles gleich geblieben steffen kennst du den lotus effekt nö mit wasser wo wasser auf material einfach abperlt verstehe ich nicht naja auf jeden fall die die lotte die hat irgendwie so einen so einen munitions abperleffekt die keine Ahnung wenn ich voll bin du bist voll schon was so wohin gehen wir dann jetzt in die olga einfach mal hier lamba reinsitzen bis dann scheinbar wo man stadion und aber auch keine flagge mehr deswegen ja einfach mal in die mittel setzen und sehen wir weiter hoppe hoppe weiter wenn er fällt dann schreit da fällt er in den graben fressen ihn die Raben fällt er in den Sumpf dann macht der Kasti das gefällt mir jetzt jetzt höre ich dich wenigstens wieder anständig wir müssen zur nächsten außen ich weiß ich habe noch super cabra habe ich dabei oh die ist schön super cabra kennst du ich glaube ne 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 ich glaube ich verwechsel die ich also ich denke gerade an einen bauplan für die weisen aber ich glaube das ist ein lmg ja ja also fast bei mp und mg nö das ist ja das ist ja ja sind nur ist ja 50% richtig ist ja nur ein Buchstabe der eigentlich ja zwei weil ist ja lmg ne deswegen rote Kiste das ist noch eine Panzertage mit Schalldämpfer oi oh die sieht ja hübsch aus wie heißt denn die keine Ahnung dann mach mal zwei mal Dreieck und dann guckst du mal die heißt Hauptbatterie hat die ein Rohr ich geh mal kurz hier rein ich brauch Munition da wird geschossen dass man mit der Joker leider nicht irgendeinen Punkt auf der Karte markieren kann sondern Sichtkontakt haben muss jetzt könnte ich da jetzt gerade mal eine Rakete hinschmeißen Papier Panzer frag mal den Telefon du Papier Panzer Vielleicht ist es ja für ihn soo da geh mal hin oder wat da bewegt sich was hast du auch gesehen das gras dieses bewegt hat ja also dahin ja also ich will doch ich könnte auch mit der joker jetzt gerade mal probieren ich habe zwar keine sniper dabei und so ich muss da jetzt unbedingt also ich habe ich habe die tschuca gabe das ist ein großes wasserschwein super 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 jobs er war schon eben nicht mehr da gibt nicht viele die von anfang an da waren und treu geblieben sind Ja, ich sag nur das schwitzende Schweinchen. Oder der Peter. Ja, ja. Dein größter Fan, angeblich. War nicht vor langer Dauer. Oh, hier läuft ein Trupp. Meine Lieblings-YouTuber. Ja, Truff da. Oder? Warte, 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 warte. Ich geh grad hier ans Fenster. Hey, Leute. Ich sag, ich geh da ans Fenster. Da muss der Steffen hier auch hinterher, ne? Bleib doch da und... Ach, komm, die sind jetzt fort. Ey, also... Da kommt noch ein Ritter rausgelaufen. Die laufen jetzt über den Kanal wahrscheinlich. Ja, die sind hier an den Gleisen. Einer klettert die Leiter hoch. Das ist K.O. Das ist eliminiert. Einer, chill-break. Ich seh keinen mehr. Der guckt da irgendwo hinten. Im Gras. Von rechts. Siehst du den rechts, Steffen, irgendwo? Nö. Wo ist er, Lotte? Da war er grad auf der Straße. Ist ja auch zum Glück ne Straße, ne? Ich hab den nicht gesehen! Komm rein. Ja. Steffen. 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 Oder Lotte. Lotte. Als wenn er wusste, dass ich direkt da bin, Mann. Die Moskulösche, bitte, Jess, Mann. Und ich bin ja einfach nur hier ran. Ich wollte hier jetzt von oben kommen. Ui. Loll. Was hat der jetzt schon wieder? Ich hab den nicht gesehen da hinten, ne? Keine Ahnung, von wo der geschossen hat. Der ist der Belebung, hat mich wieder gerettet. Ich komm jetzt erstmal hier, ich blute den jetzt erstmal da hinten. Wo war der? Hey, der hat auf mich geschossen und ich hab nix gesehen. Achso, einer stand bei grün. Ja, aber da hab ich keinen gesehen. Ich hab hier hinten, jetzt wo ich hier stand, hab ich einen gesehen. Ja, genau, da war einer. Aber, der war der ohne mehr. Ja gut, der ist dann bestimmt hier rüber gelaufen. Ja, keine Ahnung, der hat auf mich geschossen und ich hab so die Schüsse gesehen, aber die kamen eigentlich aus dem Nichts. Ich hab jetzt die grau. Cool. Ach, geh mal nachher ins Telefon. Die soll überall platten, Leute. Guck hier, Carsten, da ist die. Schupacabra. Da. Oh, hübsch. Willst du dir vielleicht nehmen, man, statt den Joker? Dann hab ich zwei MGs. Dann nimmst du hier die eigene MP5 mit Schalldämpfer. Ach, ne, die Joker ist auch mal ganz lustig. Sag, was du nicht gewinnen willst. Was hast du denn gegen die Joker? Prinzip eh nix. Na dann. Mensch, wir waren schon zwei Helikopter runtergeholt. Aber woher wusste der, dass du da hinten dran sitzt? Der ist ja wahrscheinlich in den Lauf rausgeguckt oder so. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich hab nur so gemacht, so, bub, zugemacht. Man kann mal rein. Wahrscheinlich wegen dem. Ja, das kann sein. Egal, wir haben's gerockt. Wollen wir irgendwas kaufen oder? Ja, selbst in der Benehung wäre ganz geil. Können aber nur zwei Leute kaufen. Ich bleib hier. Macht ihr mal. Ich halte hier die Stellung. Ja, willst du uns nicht ein bisschen unterstützen? Nö. Gut, wenn wir verrecken müssen, ist die Schuld. Okay. Ich hätte ja gedacht, dass die in den Dingens gehen, in den LKW. Deine war ja drauf. Ich hätte ja eher gedacht, dass es auch die schießt, als sie da so planlos rumgelaufen sind am LKW. Ich könnte hier, mein Gott, hier kannst du auch noch richtig kommen. Dann nehm ich noch meine, nehm ich auch noch meine, meine richtige Wurme nochmal mit hier. Dann muss ich übrigens nach der Runde hier, muss ich mal, keine Ahnung, was ich da mit dieser, mit der, mit der, mit der Ausrüstung da gemacht hab. Das ist da auf einmal so ein komisches, so ein komisches MG da gemacht. Liegt bei der Ausrüstungslieferung, Leute. Was? Liegt bei der Ausrüstungslieferung, Leute. Nee, ich mein's, ich muss in der C4 mitnehmen, ähm, statt die Minen. So. Äh, kannst du doch irgendwie, irgendwie, Panzerplatten-Bundle für mich, so, oder so? Ich hab noch, wir haben, wir haben, ich hab eine Panzerungskiste. Also, und ich hab auch Platten für dich, hier, guck mal, ja. Ich hab auch fünf Platten. Hier lassen die Flagge machen, wo wollt ihr ihn hin? Cool, ne Flagge, wie kommt die denn da hin? Auf einmal, war sie da. Sag mal, hat die heute irgendwas ins Hing geschissen? Bist du doch? Heute? Ey, ich hab einen Spätdienst hinter mir, ja. Ich bin nicht hier so, 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 oh geil, Ferien, jeden Tag bis 5 Uhr schlafen, nachmittags versteht sich. Wollen wir da hin? Natürlich. Wollen wir da hin? Aus dem, äh, besonders kacke bin ich ja heute auch nicht, irgendwie, oder? Oder hast du das Gefühl? Wie immer eigentlich. Ja, deswegen sag ich ja, so, eigentlich außergewöhnlich, außergewöhnlich kacke irgendwie ja nicht. Oder? Das ist irgendwie komischer. Ah, na dann. Wenn du das sagst. Lustig komisch, oder eher so, what the fuck komisch? Das ist genau das, ich könnte jetzt genau dasselbe fragen. Lustig komisch, oder? Komisch komisch. Meinst du seltsam komisch, oder? Ich sag schon, lustig komisch. Erzähl mal, was the fuck komisch. Ja, what the fuck komisch, seltsam komisch. Was, what, what the fuck, muckefuck. 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 So. Scheiße. Also, Stadium, Farmland, oder Downtown? Downtown. Erstmal hier. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Oh, da fliegt einer über uns. Guck mal da. Feind nähert. Naja, der wurde ein bisschen angehäte. Dafür, dass sie alle draufgebracht haben, sehr armselig, dass er kein Schipfel hat. Und läuft da. Munitionskiste habt ihr auch? Achtung, Carsten. Quad. Bagie. Leute. Angehäte. Marquette abgefeuert. Bin ich mal gespannt. Ach, die steigen eh. Die aus. Munitionskiste habt ihr? Fahrzeug zerstört. Das ist davon vollen. Der ist hinten hin zu seinem Blut gegangen. Fahrzeug zerstört. Ich weiß nicht, ob ich Munitionskiste oder Panzerhaukskiste habe. Ich habe auf jeden Fall K.O. gemacht. Weil siehst du doch. Entweder hast du da links und rechts Platten, das sieht beides gleich aus, oder du hast rechts so hochstehende Hülsen. Keine Ahnung. Boah, dass du das nicht siehst, ey. Mein Gott. Da können wir schon mal drüber aufhören. Da sieht man Unterschied. Ist doch cool. Das ist doch gut. Doch, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Sturmgewehrmundition bei Gelegenheit. Da schockt ihr einer drin! oddly euch! Die ist ausgelöscht. Hi. hast du aus der selbstwiederbelebung willst du die kaufen ja nimm mal jetzt habe ich stimmgewehr munitionsiste hätten wir das auch erklärt leute nehmen das mal bitte auf hier nehmen das mal bitte auf ich habe doch die kiste so das ist eine panzerungskiste wenn du das aufgenommen hast dann siehst du unten rechts noch das icon da siehst du links und rechts siehst du zu zwei wölbungen wie so ein popo das sind paletten und bei munition hast du links granaten und rechts hast du so hülsen patronen halt ag da war bei der einkaufsstation wo wir eben waren ich hab hier einen händler falls die ausrüstung braucht da hab ich die panzer weg gehauen können wir nach downtown ist doch wo wir den sieg verkackt haben ja zehn meter über mir noch einer links ist noch einer eine eliminiert jahre der anders hier verschwunden kann ich sagen bei links dabei brot kommt oder ob er recht zu lang kommen bei der mühle vielleicht kommt auch rechts 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 steigte hier eine panzerungskiste also jetzt also jetzt ist aber hier gasmaske leute komm mal her bitte hol dir mal hier die ganzen platten ich hab jetzt sieben ich hab jetzt fünf mein gott was haben wir so viele platten ey dann mach acht beschwer dich bloß nicht habt ihr gasmaske ja aber wollt ihr die hier einsteigen so ihr seid voll mit platten ja wir haben drei panzerungskisten läuft also eine munitionskiste wäre auch ganz cool gut ich hab auch genug munition davon ab auch apropos munition mal gleich als nachladen hier leute ja eben ich guck mal ob hier jemand in die sicherheitszone läuft von der richtung hier so hier auch wieder voll also hier kommt auf jeden fall saug ich steffen guck mal der truck und da hinten wurde ein auftrag gestartet kommt ein lkw ko eliminiert team ausgelöscht wir haben zwei gott zwei c4 da drauf geschmissen ich hab einen drauf geworfen ja und ich davor eine hier schießen sie wollen wir jetzt mal irgendwo hin wollen wir jetzt mal irgendwo hin wir bleiben jetzt genau hier stehen warte mal hier an der hügel oder hier an die steine nach scheiße sicherheitszone aber erstmal da vielleicht dann sehen wir weiter jetzt mal von hinten gucken ob da irgendwer von hier unten wurde ja irgendwo gell also da könnte noch jemand stehen das wäre so gerade so die kante vom gas also sind die hohen häuser uns jetzt nicht mehr ganz so gefährlich bis auf dieses hier die krabbel ich hab auch kein c4 mehr jetzt ne ja sowohl ich multiplayer zweimal geholt scheiße ich bin ja gar nicht in der zone da bei blau ja da laufen sie team ausgelöscht jetzt wodurch keine ahnung also bei blau ist akut die schießen da und das ist eine scheißzone das ist eine scheißzone hinter uns läuft jemand k.o. eliminiert kein team unten schießt irgendwo einer ja ja hier am baum hinter dem baum und von den kisten guckt mal nach links bitte ich hab den hier am baum guckt nach links da schießt irgendwo noch einer ja ja joker kommt k.o. einer gas kommt gas kommt guckt bei blau bitte platten lotte ja einer gerustet oder wenn wir über den tunnel müssen dann haben wir verkackt sei euch fuck kommt ja gar keiner ich weiß wie weit wir rein müssen alter scheiße fuck alter ich pack jetzt ein klaster schlag hier auf den auf das haus welches haus auf das blaue ja da oben ist auch einer da oben deswegen sag ich ja wird angehittet mehrmals wird von rechts angehittet ich auch fuck man ich bin voll offen ich kann nix machen da laufen zwei wir müssen da vorne an die gibt den doch einfach mal ein bisschen feuer unter der arsch platten anziehen ja ich schmeiße plattenkiste hin ich weiß nicht ob das noch was bringt aber scheiß egal ich hab sie doch ich hab auch lasst du laufen lasst du laufen und wieder zurück lasst du laufen lasst du laufen es sind nur noch zwei nein ein tuch ein tuch ein komplette einer k.o. 2 k.o. 2 k.o. 2 k.o. 3 k.o. jawohl ich muss mich grad selbst wiederbeleben dann war ich auf einmal wieder da ich weiß verstehe ich auch nicht ja ich hab team ausgelöscht muss mir nochmal tatsächlich sehr schön hä ich war ich war ko und hab nachgeladen als 3 gedrückt habe ja ich hatte mich alle wiederbelebt oder hat keine ahnung und dann zum glück kam das Gas ne ich glaub das hat uns den Arsch gerettet auch weil die waren dann im Gas haben sich wiederbelebt und dann sind sie weil ich hatte ja nicht sehr wenig gesundheit und dann ja 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 sehr schön sehr sehr schön zweites spiel sie fertig gute nacht dankeschön dass ihr dabei wart war gar keiner dabei na egal fecht gehabt ne ihr dass ihr zwei dabei wart und so bitte verlassen ich muss mal meine meine Dings da meine Dings ändern da ach doch 5 aha ok guck mal boah die Punkte wir haben ja schon ganz schön abgeräumt also mit